Du bist ja gar nicht angestellt hier. Du hast schon das freiwillige Arbeit, das du machst. Ja, und ich habe den Vertrag. Das Kürbisherde ist angesagt. Wir fahren mit zwei Traktoren und drei Boxen aufgestellt. Jetzt wird er ins Kürbisfeld reingestochen. Wir wollen kleine Knirpse nach Hause nehmen. Kleine rote Knirpse heissen die. Gute Nuss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020